hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video in unserer fusion 360 tutorial serie und angenommen wir sind jetzt gerade dabei hier in einer skizze was zu machen und möchte jetzt hier schnell noch irgendwie ja eine funktion oder eine linie oder ein kreis oder irgendwas zufügen können natürlich hergehen könnt ihr das hier oben einmal über unsere menüleiste machen oder natürlich mir wohl jetzt hier zum beispiel eine linie einziehe ich drücke dann die taste l und kann dann quasi jetzt hier startpunkt den endpunkt von der linie setzen oder es gibt die funktion das schnelle suchen dazu drücke ich die taste s und kriegt dann jetzt quasi hier ein suchen fenster angezeigt indem ich hier einmal mir ja meine symbole von meine wichtigsten funktionen ablegen kann und ich habe hier unten ein suchen fenster ich tippe jetzt hier mal zum beispiel ein kreis und kriege jetzt dann hier zum beispiel kreis mit drei punkten kreis mit drei tangenten nehmen wir hier den kreis mit zwei tangenten den möchte ich jetzt gern ausführen dann wird jetzt quasi die funktion ausgeführt mit zwei tangente kann ich jetzt hier ein kreis reinziehe so drücken wir noch mal die taste s wie kriege ich jetzt die funktion mit dem kreis hier oben in die in die icon leiste rein ganz einfach suchen wir noch mal nach kreis kreis mit zwei tangents gibt es hier rechts hinten am ende der zeile gibt es einen kleinen pfeil den klicken wir an und dann wird quasi jetzt hier das icon in meiner suchleiste fest abgelegt das heißt wenn ich jetzt die taste s drückt kann ich hier gleich mein kreis mit zwei tangente auswählen so habe hier die funktion ganz schnell drin muss mich also nicht erst hier durchs menü durchhangeln das ist punkt 1 wenn ich hier zum beispiel jetzt so eine funktion wieder entfernen will sie klicke ich die einfach an und sie die auf die zeichenfläche raus und dann verschwindet die wieder will ich sie wieder hinzufügen oder jetzt zum beispiel eine andere machen wir mal kreis mit drei punkten alt so ist weg geklickt kreis mit drei punkten fügen wir das hinzu dann habe ich denn hier mit drin gehen wir mal aus der skizze raus so jetzt bin ich ja aus der skizze raus taste f6 so dann kann ich hier natürlich auch die funktion aufrufe die suche funktion und dann kriege ich jetzt hier angezeigt und jetzt kriege ich es halt nicht für die skizze angezeigt sondern quasi abhängig von dem dass ich jetzt hier extrudierer oder drücker oder eine bohrung einfügen will kriege ich das hier angezeigt hier funktioniert es genauso ich kann jetzt zum beispiel sage ich suche nach der funktion rippe habt ihr hier mit drin fügt die hier wieder hinzu verhält sich genauso und kann jetzt quasi hier dann das auswählen ich mache es mal mit der funktion e extrusion klicks an kann das hier raus ziehen so bestätige wenn wir hier uns die skizze noch mal einschalten schnell start funktion drehen wählen wir die kontur aus wählen unsere achse das ja in dem fall die kann man sagen hier 180 grad f6 drücke dann sehen wir auch wieder alles also im prinzip können wir hier ganz schnell mit der tastatur arbeiten und so unseren konstruktionsfortschritt wesentlich beschleunigen viel spaß beim ausprobieren